So, holy schoolies und gentlemen und herzlich willkommen hier zu Watch Dogs. Wow. Zieh an. Alles klar. Auch cool. Okay. Okay. Wir sollten am besten nicht über diesem Spiel rumfaxen. Ja, Watch Dogs. Ein Spiel, wo es ums Hacken geht. Und ja, wahrscheinlich kommen jetzt einige, wo ich, äh, ihr gibt euch schon längst Watch Dogs 2, das bist du für den Spaß, äh. Ja, ist richtig. Aber ich meine, bevor ich mit Watch Dogs 2 anfange, muss ich erstmal Watch Dogs 1 spielen. Weil ich glaube, oder ich weiß es gar nicht. Ich hätte mich mal informieren können, ob das irgendwie im Zusammenhang steht. Aber ich meine, das ist ja auch egal. Weil ich meine, das ist ja noch so relativ neu, dass man das spielen kann. Versteht ihr? Ja, an sich würde ich gerne spielen, aber irgendwie... Okay. Wenn sie über potenziellen Verbrechen einschreiten, sollten sie versuchen, den kriminellen Leben zu fangen. Ach, bin ich... bin ich doch kein Hacker? Bin ich... Cop? Und ich muss einen Hacker schnappen? Uh, das wäre cool. Boah, das wäre cool. Wenn ich, ähm... Wenn ich den Hacker irgendwie schnappen müsste. Also, wenn ich quasi kein Protagonist wirklich bin, sondern ich muss gegen einen Antagonisten spielen. Versteht ihr? Hm. Hm. Schauen wir mal. Also, wenn das die Grafik ist, dann ist das eigentlich ziemlich legitim. Dafür, dass das Spiel, glaube ich, schon relativ alt ist. Also, relativ alt. Oh, shit. Sagt ihr schon, mein PC hängt sich auf. Merlot Hotel. Ach ja, alle mit ihrem Smartphone. Und Laptop und allem drum und dran. Oh, oh. Okay, bin in der Lobby von Merlot. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Ja, alles klar. Wenn das doch so einfach wäre. Oh, shit. Okay. Hack-Core-Route. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und... Ich greife nur zu, flüge sie aus der Luft und sie sind meint. Nein. Wow. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 130 Sekunden. Gott segne die reichen und berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Weg. Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. What? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Besser nicht. Halt dich an dem Plan. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Windtor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Ach, schön. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe es fast geschafft. Ich fahre jetzt runter. Lasst bloß die Finger weg. Was du da wirst, ist das? Wir müssen abrechnen. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay. Downloadlink. Oh, shit. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. schade der familie wenn du musst die hacker tage von dem karl sind gezählt oh no nein das lasst mir nicht der eben sein nein ist es eigentlich euer scheiß ernst heilige voller war alter warum habe ich das mein gott naja ich meine die chance war relativ groß weil ubisoft montreal hat ja ein großes studio das war jetzt echt mal geraten aber ok watchdorks trademark ich fand so was absolut geil so was so video technisch zu machen das ist mega fuck ist das ich weiß nicht ich weiß nicht ist es nicht der familie gibt's probleme nein die verschrecken ich schon du wirst nie wieder von ihm hören ohje und was glaubst du maurice hast du mich erschreckt es war ein job man ich wusste nicht wer war am anderen ende der leitung sag mir den namen ich wurde kein name gesagt ok ich sag den namen lena lena piers sag mir bitte dass sie nur im klackenhaus ist oder im rollstuhl oder querschnittsgelähmt ich wusste nichts von einem kind das sollte nicht passieren ich möchte dass du sehr gründlich nachdenkst denk nach doch mal doch mal doch wenn ich dann wüsste ich würde nie was sagen ich würde nie was sagen ich hab sagen gehört sowas hast du noch nie erlebt du musst das alles vergessen man manche die kamen 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 wer gab den befehl ohje schieße maurice wow äh 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 kann ich den fuß schießen erinnerst du dich jetzt ohje wow alles klar hat der Mann Teleskop Schlagschlock am Start ok ich sehe was leuchtendes aber ich wette er hat mit dir geredet ok moment ich muss mal kurz auschecken das ding ist volle lautstärke lass mich mal kurz lass mich mal kurz äh ok das spiel ist halt einfach nur ein bisschen leiser hm ok ja passiert mei los los ok q drücken und halten sie gut zum hecken ich kann nicht mehr weglaufen ich kann nicht mehr weglaufen es geht nicht dieser Scheiße in Piers ich hab seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben oh oh was ist dieser Typ was soll ich nur tun er macht immer weiter ich muss echt weit wow ok ok ähm 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 ok er hat meine Nichte getötet alles klar ja mei ne passiert chemische Komponente was ist das Systemschlüssel Herstellungskräfte für ok 209 Geld in einer Papier alles klar hört sich absolut legitim an hört sich absolut legitim an ok ok dann würde ich mal sagen gehe ich ähm denke ich ah ok einfach dagegen laufen natürlich ok da laufe ich nicht dagegen oho oho er redet mit mir ah du bist nur zwei Minuten allein gib mir die Kugel weggeworfen was denn sonst hättest du ihn getötet ich hab gesagt du sollst sie behalten Geordi wo warst du überhaupt ich musste telefonieren hat Maurice dir alles gesagt das gibt's nicht dann räumen wir mal auf soll das ein Kunstwerk sein hey sehr charmant man aber du enttäuscht mich pierce ich mein du siehst gar nicht welch fieses Gegendrama ich hier kreiere das ist mir zu riskant bringen wir ihn weg nein zu spät achtes inning Chicago führt das Spiel ist fast vorbei wir haben keine Zeit ok komm bist du gar nicht neugierig wenn ich angerufen hab schön erzähl mir von deinem Telefon her schön dass du fragst wir haben ja ein paar Tote ne wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung hab die Bullen gerufen nicht dein Ernst doch voller Ernst die Bullen kommen und Maurice große Brüder kommen dann ba 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 Geordi das ist ein Witz nein nein die hab ich auch gerufen je nach dem Spiel wird es hier finster zur Sache gehen wir zwei schlüpfen unbemerkt davon morgen wird dir der Plan gefallen ok was klasse pünktliche Bullen um die kümmere ich mich du bringst Maurice hier raus das sehe ich aus wie ein Chauffeur er war der Schütze ich bin noch nicht fertig mit ihm alles klar Chicago Police wenn hier jemand drin ist identifizieren sie sich ah ok ok hier ist die Waffe und hier ist noch ne Leiche auch ein Beißrall eine Tat ohne Opfer warum hier muss noch einer sein hä ach ich hab die gehackt ach und damit tue ich Aufmerksamkeit ok ist ja witzig boah das ist ja mega cool ok ach und er versteckt seine Waffe hinter dem vor Ort von 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 profil mit hilfe von kameras können sie unzugängliche orte erreichen folgen sie den dadurch zu ihrer quelle ach witzig ach gott ja natürlich ist ja witzig oh mein gott wie cool ist das denn bitteschön das ist ja witzig er bewegt sich nicht mehr zu bringen ja und das waffenrad mag er halt nicht er mag es nicht genau halten sie halten sie tab oder das ist tab für mich für mich das tab warum funktioniert denn eigentlich hier enter und diese ganze scheiße ich kann das sein ich habe jetzt meine vermutung okay es hat nicht einmal controller gelegen gott erst ist denn los funktioniert denn das nicht controller dass der tun muss ja so störung anpassen ja inventar ja okay also er scheint nicht meine tabtaste zu mögen warum macht er denn meine tabtaste nicht hast du damit ein problem ich glaube er hat damit bitte okay das ist irgendwie jetzt nicht so gut ich kann nicht mal hinter drücken warum funktioniert die enter taste nicht okay warum auch immer benutzen sie war das ist so warte mal jetzt muss ich e drücken das ist so abgefahren köder halten sie g wo soll ich hier hinwerfen was soll ich hier hin schäftsberry larry schwachstelle geschwister teil altet bei der polizei ist ja witzig ist vermutlich nichts nein das ist auch nichts okay wir machen die ganze pause und vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe watchdogs wird euch gefallen also für mich das ist schon mal richtig geil aus das schaut ja richtig nach ziemlich viel potenzial aus aber mal gucken wir mal ich muss erstmal dieses tabtproblem in den griff kriegen wie dank fürs Zuschauen ich habe euch gefallen wenn euch vor dem nächsten video dabei seid und ja mein name ist bern und ich sage für heute auf wiedersehen tschüssi